. . . . . . . . . Tom und Jörg, ihr ladet das Zeug aus! Bringt das auf mein Zimmer, ne? Macht ein bisschen Hinne, ich hab nicht Zeit fürs Weihnachten. Mandy, ich hab uns ein Doppelzimmer bestellt. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja. Alles klar. Wir sehen uns um neun in der Kneipe, ja? Vor zwei Jahren war krass, seit ich mit nem Kollege in der Stuntshow einen Stockkampf gemacht. Also Schwertkampf gemacht. Für die Übersetzung von Mayenburg besser als die von Hannah Böller. Hier sind die Lexikons. Das ist der Hammer. Super Dinger. Also, wenn ihr drei Abos verkauft habt, gebt ihr den Kunden einfach so ne Packung Lexikons. Ein ganzes oder eins? Ja, ne ganzes oder eins. Drei Abos für drei, Mandy. Ja, ja, ja. Konzentriert euch. Kann ich mich zugeben? Ja, du kannst mich zugeben. Hör doch mal zu! Also, es sind drei Gebiete hier. Hier die Linie in der Mitte durch. Thomas Brasch, finde ich. Und das ist halt Messe, die eigentlich sich quasi ... Also, wir haben drei Bezirkel. Drei Hauptbezirkel. Das ist die Stadtmitte. Ja, das ist der mittelalterliche Kern. Ich geh mit Steve. Ja, du gehst mit Steve. Halt die Schnauze. Hör jetzt zu. Karl sagt was. Dieses große Rechteck. Hier. Das ist das Zentrum. Hier wohnt niemand. Das ist das Mittelalter. Da müsst ihr gar nicht hin. Hier oben wohnen die Leute. Und hier. Hier wohnt man. Hier wohnt man. Menni, mach ich eine Sonne. Du gehst mit mir dahin. Du gehst mit mir dahin. Ja, natürlich. Das soll das aber alles. Ja, aber sag doch mal. Ein, zwei, drei. Ey, du bist eine blöde Fotze! Schau doch mal zu! Ey, da bist du! Ey! Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Geht's ein bisschen leiser? Halt die Schnauze Schoko. Ey! Was? Was hast du gerade gesagt? Fettsack? Kannst du's mit mir noch wiederholen? Schnauze Schoko. Ey, kannst du halbaffe mal schauen, dass du zurück in den Uwewald kommst, oder was? Ey, 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 ey! Hey, ey, ey! Hey, ey, ey! Hey, ey, ey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, 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 hey! Das ist so arschgeil. Ist das süß. Wie heißt du eigentlich? Sabine. Du bist ein geiles Lüge. Sterben, schlafen. Schlafen, träumen vielleicht. Da ist der Haken. Denn was für Träume aufsteigen im Todesschlaf.